Ja, einen guten Tag, einen herzlich willkommen. Hier ein kurzes Live-Interview vor der Turnhalle zu Gesau. Und das nicht ohne Grund, es geht nämlich darum, am kommenden Samstag veranstaltet der Bürgerverein GHS, also Gesau-Hökendorf-Schönbörnchen, wieder einen traditionellen Frühlingsdanz. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass es wird eine Veranstaltung sein mit Live-Musik. Und nicht irgendeine Band wird da auftreten, sondern eine ganz besondere. Neben mir steht Mike Masalski. Hallo Mike. Hallo Rainer, hallo der Zuhörer. Ja, du bist der Bandleader und der Macher der Heinz Band, hier auch aus Gesau, also bei den Leuten bestens bekannt, würde ich denken. Darf ich dich mal fragen, wenn ihr am Samstag hier auftretet, in welcher Besetzung kommt ihr an? Genau, wir kommen in der Dreimann-Besetzung, also Keyboards macht der Heinz, der Namensgeber, die Gesängerin Susi, wie im letzten Jahr, und ich an der schnellen Klöcherstrippe und Gesang, Gitarre, ist mein Part. Das klingt schon erstmal sehr spannend. Ich würde sagen, da ist jede Menge musikalisches Potenzial enthalten. Habt ihr denn schon ein paar Pläne, hast du schon ein paar Pläne, welche Liter werden wir erleben dürfen? Wir haben ja in Gesau ein Stammtublikum, also schon 7 oder 8 der Veranstaltung, den wir machen, und die Leute wünschen sich auch spezielle Titel. Wir haben also zum Beispiel Himbeereis zum Frühstück, es wird zwar nicht bis früh gehen, aber ein schönes Himbeereis ist ja lecker, oder auch 80 Millionen, oder auch mal ein langsamer Walzer, wenn sich die Gäste das wünschen. Also wir haben da schon unsere Punkte, die wir hier auch als Besonderheit haben, im Ort mal ein Aufbau zu haben, Heimspiel, oder? Ja, wunderbar. Könnte man auch sagen, von Abba bis Zabba. Von Abba bis Zabba, es gibt VRB, von allem was dabei. Die Spatzen auf den berühmten Dächern hier am Dorf, die haben was gepfiffen, ihr kehmt am Samstag mit einer kleinen Überraschung daher. Möchtest du was drüber sagen? Rainer, hast du jetzt auf meinen Bauch geguckt? Das ist keine Überraschung. Also Überraschungen sind dazu, dass sie überraschen. Wenn ich dir jetzt was dazu sage, ist es keine Überraschung mehr, oder? Ostern gibt's Eier. Da hat er eigentlich recht, also lassen wir die Sache mal noch. Lass uns überraschen. Genau, es bleibt eine Überraschung. Vielleicht noch so viel für die Kurzentschlossenen. Der Kartenverkauf läuft prächtig. Das habe ich vom Veranstalter schon erfahren. Also wer sich für den nächsten Samstag, für den 8. April ab 18.30 Uhr noch ein Plätzchen sichern möchte, der gehe auf unsere Webseite, die da heißt, weißt du es? www.ghs.de www.bürgerverein-ghs.de Dort gibt's ein Kontaktformular, dort gibt's Telefonnummern. Also nutzt die Möglichkeit, wenn ihr Lust habt, am Samstag mit dabei zu sein. Ansonsten würde ich sagen, ich freue mich schon auf den Samstag. Dann bis bald, bringt gute Laune mit. Und die Tanzschuhe nicht vergessen. Ab geht's, dort ist der Eingang, dort geht's rein. Tanzschuhe. Tanzschuhe, ab zum Frühlingsball. Tschüss. 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 Tschüss.